Ja, wir sind immer noch hier. Als nächstes wollen wir Mimikma befragen. Pikachu hat ja vier Verdächtige, obwohl alle handelnden Personen ein Alibi haben. Einer hat sich ein falsches Alibi verschafft. Wo ist denn Mimikma jetzt? Eigentlich schlurft es die ganze Zeit im Flur herum. Aber diesmal nicht. Das war das falsche gelbe Pokémon. Okay. Kein Mimikma im Flur. Das fängt ja gut an. Sag mal was hier. Mimikma hat vielleicht etwas gesehen. Es sollte im Studio sein. Schauen wir gleich dort vorbei, um es zu befragen. Gar nicht wahr. Die ganze Zeit war es im Flur. Wir haben gesehen, wie es gegen Türen gerannt ist. Naja, Mimikma, erzähl mal. Du, 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 du. Du, 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 du. Ich renn hier in die ganzen NPCs rein. Oh, hey. Na? Mimikma? Während der Generalprobe bist du doch von Garderobe zu Garderobe spaziert, oder? Kannst du mir mehr darüber erzählen, was du dabei gesehen hast? Was bei Mrs. Allisons Garderobe geschah. Was ist passiert, als du zur Garderobe von Schnurrgasts Partner gegangen bist? Mimikma. Das war bestimmt Schnurrgast. Mimik. Das war nicht nett von Schnurrgast. Naja, du hast aber auch wie wild gegen die Tür getrommelt. Sprich einfach später mal mit ihnen, um das Missverständnis aus dem Weg zu räumen. Okay, bei... Bei Max. Mimik. Mimik. Schnurrgast Partner war böse auf dich, was'n passiert? Mrs. Allison war also in Max Garderobe? Mimik. Als du angeklopft hast, hat sie gepullt. Geh mir aus dem Weg. Ob das wirklich Mrs. Allison war? Sie meinte doch, dass sie in ihrer eigenen Garderobe war. Nee, es war Blaude Guy. Und Max hat auch nicht erwähnt, dass sie ihn in seiner Garderobe besucht hätte. Hey, Mimikma. Bist du letztlich hineingegangen, oder nicht? Mimik. Du hast dich so schnell wie möglich aus dem Staub gemacht. Tja, Stand Antworten haben wir jetzt noch mehr Fragen. Bei den anderen Garderoben? Nix, ne? Mimik. Dir hat wie immer niemand Beachtung geschenkt, ha, Missding? Keine Sorge, dein Moment im Rampenlicht kommt bestimmt. Genau, an Willen, Stärkung und Motivation scheint es dir ja nicht zu fehlen. Weiter so. Hm. So, there's a fake Alibi. And there's Mimikus not to consider too. What do you think in Pikachu? Yes, of course. It all makes sense now. A bolsa of brilliance. Tim, the culprit is... Das war eine lustige Sequenz. Der Täter hat uns mithilfe eines Tricks glauben lassen, er sei irgendwo anders. Eigentlich hielt er sich aber hinter der Bühne auf. Mithilfe eines Tricks? Ganz genau. Emilia hat das Alibi des Täters bestätigt. Sie kann uns sicher weiterhelfen. Auf zu Emilia. Emilia? Emilia, dürfte ich dich bitten, mir etwas zu demonstrieren? Klar, was denn? Du hast erwähnt, dass du an Mrs. Allisons und Max Garderodentür geklopft hast. Wärst du so gut, uns das einmal vorzuführen? Äh, okay, aber wozu? Ich meine, ich hab ja nichts Besonderes getan. Ich hab bloß dreimal an die Tür geklopft. Wie das bei allen Mitarbeitern hier so üblich ist. Das dürfte der Trick sein, den sich der Täter zunutze gemacht hat. Los, Tim, es ist an der Zeit, alle hier im Studio zusammen zu trommeln. Jetzt geht's ab. Nee, ähm, wir haben gelernt, dass Plauder Guy auf verschiedene Signale anders reagiert. Jetzt sagt sie, es ist üblich, immer dreimal zu klopfen. Das wusste ich nicht. Und eigentlich ist es ja auch Humbug. Aber, haha, dadurch wird Plauder Guy etwas ganz Bestimmtes sagen. Was Max dann einem getrichtert hat. Max hat doch gesagt, alles klar, ich komme gleich oder so. Und das wird Plauder Guy dann sagen. Also, let's go. Verstanden. Viel Spaß. I figured out the truth behind the accident. What are you saying? That one of us here is the culprit? Yeah, just what do you mean the truth? We're all friends here. Can't say I appreciate the insinuation. Come on, now. Let's allow Tim to speak his mind. Thank you, Hero. Here it is. I'm not one to mince words. The culprit is... Go on. You know who it is, don't you? Max Warhol. Max, it's you. You're the one. What? Oh, come on. Is this some kind of prank? What on earth would I have to gain from busting up someone's violin? Nothing. If the violin really was broken. But it isn't broken. That one was a fake, wasn't it? A fake violin? Oh, what an imagination. How could you come up with a theory like that? You tell him, Tim. Ich frage mich, ob irgendjemand, der weiß, dass man ihm auf die Schlüche kommt, so reagiert. Ja, wie bist du darauf gekommen? Einfach so eine Vorlage, um ihm die Gründe zu nennen. Naja, vielleicht in der Hoffnung, dass wir die Gründe nicht wissen. Aber wir wissen sie. Die Geige ist gefälscht. Aufgrund der Nachricht auf der Innenseite. Die auf der Fälschung natürlich nicht vorhanden ist. Das weiß er anscheinend nicht. We checked the pieces of the violin, but there wasn't a message on them anywhere. Karina told us that her violin had a message written on it from her grandfather, which means the broken one couldn't be hers. A written message? I never noticed such a thing on it. Right. That's because it's written on the inside. It's something only Karina could know, since she watched the violin being made. Right. As a child, I played at my grandfather's workshop. He inscribed a special message for me, and it was written on the inside. You see? And now that proves the broken violin must have been a fake. But where's the real one? I think Max probably knows. But no! I haven't done anything! Listen, the whole time the violin was backstage, I was in my dressing room. How could I be in two places at once? Oh boy! This is where you take down his Alibi! Actually, my guess is it was chat-out in the dressing room. You probably used the trick like this. Gotcha! I'll be right out! Oh! Yes! That's exactly what I heard! Admit it! Admit it! Chat-out! Be quiet! You just made it seem like you were still in that room. And then you swapped the real violin that was backstage with the fake. You have to admit it! You have to admit it! I had no choice. My popularity's been sagging. I wasn't sure the show would get picked up again. And if it didn't, I knew I'd be let go. I couldn't pay back my debts. I'd be finished! Oh, Max. You were wrong. I was going to have you continue as our host. What? But, but... Everything I did! I'm really sorry, Max. But I'm afraid I'm going to have to call the police. What a fool he was. In the end, he was the one who didn't believe in his own talent. Hey, you guys! I found the videos! What's wrong? Why is everyone hanging out here? So Max was the culprit all along. That's it. Yeah. zuwenden. Ja, das war wirklich Filler, kann man sagen. Also haben wir nicht direkt was mit zu tun, aber wir haben es gelöst. Okay. Ja. Überprüfe die Videoaufnahme. Mensch, fast vergessen. Ist ja nicht schon eine Woche her bei täglichen Parts. Ja. Mako ist finally back with the video. Let's go to the subcontrol room and watch it. Maybe you'll show us some clues. Na, da bin ich ja mal gespannt, ne? Volle Möhre. Okay, let's check this out. Let's play the whole thing through. Charizard's in front. Remember, keep your eyes on Charizard. Yeah. The daytime parade is now starting. Everyone is excited to see the popular Pokemon of the Park marching by. Who better to leave than Charizard? We've been told the theme of this year's parade is changed. Hey, look at that balloon. Charizard's eyes turn red. Aurelia, over here. War was used after all. Why is this happening? This is terrible. I don't know, but it's a great scoop. But it's too dangerous. We need to get out of here. You're right. We have no choice. That's the whole video. Exactly how we heard it from the Pokemon at Fine Park. Yeah. Did you find out anything? Maybe. There was something I noticed. Right. The scene with the balloon. Right there. Better to leave than Charizard. We've been told the theme of this year's parade- The balloon popped. Maybe it had R inside. Tim, zoom in on the balloon, and then play it backwards in slow motion. Okay. It looks like a needle or something flew at the balloon. You're right. But where did it come from? Rewind it a little more. Stop there. Hey. That's Skorupi. And that man. Right. The Pokemon at Fine Park told us a man with a Skorupi was after Harry. You know, that looks almost like it could be Keith. What? Keith was there? Working with you? No. Not with us. I don't think he was even working at GNN back then. Mako's right. He only joined us about six months ago. So it was Keith who caused the incident? He's the one who went after my dad? Looks like it. And he was hiding in Blaine's sight. Let's go capture Keith. Oh, oh, oh. Das ist interesting. Wer hätte gedacht, dass ausgerechnet Keith der Täter ist? Das ist nur ein großartiger Verdacht, aber noch nicht beschlossen. Er hat uns alle an der Nase herumgeführt. Vielleicht wusste er auch, was Max vorhatte und wollte dich auf diesem Weg loswerden. Mich? Erinner dich zurück an den Unfall. Warum sollte ich bei den Aufnahmen einspringen? Keith hatte sich mit dem Datum vertan, wodurch es kein Assistenz-Pokemon gab. Ach, jetzt verstehe ich. Das war nicht das Einzige, weil das Keith sich verdächtig verhalten hat. Weißt du, was ich meine? Was war ein Keiths Verhalten verdächtig? Er hat Magnetilo freigelassen. Hat er das? Nee, oder? Er hat Tim gesagt, wo er stehen soll. Hat er das? Er hat Carina rausbegleitet. Er war für das Kamerateam zuständig. War das? Jetzt weiß ich gar nicht. Was war denn verdächtig? Ich glaube, das. Das ist ein gutes Gedächtnis. Keith hatte dir doch ganz genau gesagt, wo du stehen solltest, wenn ich die Geige bringe. Wir dürften also gewusst haben, wo die Kamera abstürzen würde. Stecken Keith und Max etwa unter einer Decke? Weißt du, so Sachen, wo tausend Zufälle einfach perfekt passen müssen, die eigentlich nicht passen können. Oder sehr unwahrscheinlich sind. Naja, wie auch immer. In Videospielen und so passt das immer. Das ist nicht auszuschließen. Warum sollte Keith so etwas tun? Aber darüber nachzudenken hilft uns jetzt auch nicht weiter. Wir sollten uns darauf konzentrieren, Keith zu schnappen. Komm, Pikachu! Alles klar! Jetzt müssen wir nochmal separat rüberlaufen. Ist das... Die Musik! Warum rennt der? Weißt der schon Bescheid? Das kann doch gar nicht sein. Da ist Keith! Lass ihn nicht entwischen, Tim. Ihm nach! Ja! Reden wir doch eine Stunde länger. Dann fangen wir ihn bestimmt. Anstatt einfach zu reagieren und loszuwetzen, ne? Wenn der schon... ...flitze Socken anhat. Verflixt! Wo ist er nur hin? Pikachu! Da! Da! Das Dachgeschoss! Gehen wir! Warum geht der aufs Dachgeschoss? Pion Skora! Scharfschütze der Spitzenklasse! Fange Keith! Ich gebe mir Mühe. Ach man, ich dachte, ich muss Buttons smashen. Dann sehen wir vielleicht eine lustige Sequenz. Ups. Oder wir sterben in der Vergiftung. Reset. Man kann ja nichts falsch machen. Matrix! Ja, aber warum weißt der jetzt Bescheid? Du Hafnir, Urheber, unglaublicher Ultraschallwähler. Tja, wir können uns maximal wehren. Pikachu! Nein, das Amulett! Wer war das? Tim! Du bist okay? Reinforcements. Neuber! Time to go! Neuber! Neuber! Farewell, Detective. Ich hoffe, du kannst du auf mich einfacher. youißt, ich guckse. Neuber! Das war das, was ich dafür. Ich bin. Du hast dich verschenkt. Das war nicht für nichts, Tim. Sieh, ich bin. Das Lockett? Das ist richtig. Nicht nur ein altes Lockett. Es hat ein kleines Geheimnis. Was meinst du? Wenn ich falsch bin, sollte dieses Lockett eine Kluge von Harry haben. Er ist weg. Schade. Du wirst nie wissen. Es könnte eine Kluge hidden in diesem Lockett sein. Wo kam denn das Medaillon her genau? Hinweis von Harry? Ach, erzähl mir mehr! Hm, nächstes Kapitel? Ja, wenn das so ist, dann... Werfen wir noch einen Blick rein, ja? Kapitel 7. Rhyme Harbour. Harbour, Harbour. Harbour, Harbour Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Mewtwo hat auch schon von dem versprochen, von dem Versprechen geredet. Hey, Tim! Tim! Warum legt ihr euch schlafen? Beendet den Tag! Ich dachte, ihr guckt mal in das Medaillon rein! Verdammt, Axt! Bist du soweit, Tim? Lass uns bei Mr. Baker vorbeischauen. Die Analyse des Medaillons sollte inzwischen abgeschlossen sein. Analyse? Aufmachen, reingucken! Ach ja, wir haben ihnen da das Medaillon gegeben. Was für Geheimnisse es wohl birgt? Ich hoffe schwer, dass es uns ein paar konkrete Anhaltspunkte liefert. Komm, lass uns gehen! Liefert bestimmt den Anhaltspunkt, dass wir zu Rime Harbor gehen sollen. Harbor, Harbor. Hier haben wir eh nichts weiter, ne? Wir können weder mit Leuten reden noch... Naja, was anderes... Eins muss ich dir lassen, Tim. Du hältst hier alles sehr sauber. Ich bin immer wieder überrascht, wie ordentlich du bist. So ordentlich bin ich eigentlich gar nicht. Du bist einfach nur zu unordentlich, Pikachu. Ja, mein Gott. Kann man sich nicht groß beschweren hier in der Hütte. Dann, ja. Nun dann, bist du bereit, um bei Mr. Baker vorbeizuschauen? Ja! Wir machten uns auf zum Detektivbüro Baker, um dort nach dem Medaillon zu fragen. Wer hätte gedacht, dass das Lockett eine Kamera gewesen wäre? Aber hier sind sie, die Bilder, die wir von ihnen entwickelt haben. Und ihr wisst, was das mir sagt, dass Harry es fast hat. Schau mal das. Ja, das ist wahrscheinlich R. Und ein paar Wärme, auch. Es ist zu schlecht, dass wir nicht wissen, wo es ist. Ihr wisst, ich habe schon gesehen, dass das Gebäude gesehen haben. Das ist Rime Wharf. Wir schauen uns das mal. Die Kulprits könnten noch da sein. Vielleicht benutzen sie es als eine Hütte-Hütte. Oh, brother, I hope he doesn't start with that whole, it's too dangerous spiel. Alright, take Axelgore with you. You remember, it's my partner. I'm not going to tell you to stop investigating, Tim. But since you were attacked at the TV station, it's the very least I can do. Axelgore is quite dependable. If you run into any trouble, send it back and I'll get help. Axel, Axel! We will, Mr. Baker. Axelgore, thank you. Axelgore! Tim, wasn't this guy really shy before? Hope it's not a problem. We'll be on our way. Well, I guess we don't have much of a choice, do we? Come on, Axelgore, I'll teach you the basics of detective work. Axel, Axel! Ja, heute haben wir ziemlich viele Zwischensequenzen, aber man muss sagen, in den Parts zuvor hatten wir ziemlich wenig. Tja, so ist es manchmal. Rime Harbor. Reden wir mit euch noch? Der Mechanismus in diesem Medaillon ist wirklich raffiniert. So etwas kann auch nur Harry einfangen. Hütergel scheint sich schon an dich und Pikachu gewöhnt zu haben. Ja, so sieht's aus. Ich bin mir sicher, es wird dir eine große Hilfe sein. Es ist ein kluges Knöpfchen, weißt du? Ich hoffe bloß, dass es nicht plötzlich verschwindet, wenn's ernst wird. Ich glaube, das ist so, dass man den die ganze Zeit nicht sieht, aber wenn's ernst wird, können wir dir Bescheid sagen. Und, ne, von wegen, sag Bescheid, wir stecken in Schwierigkeiten. Rime Harbor. Rime Harbor befindet sich im Westen der Stadt. Dort treffen Waren aus aller Welt ein. Deshalb also all die Lagerhäuser. Klingt nach dem perfekten Ort, um er zu verstecken. Ist das so? Wer hätte gedacht, dass euch das Medaillon Hinweise liefern könnte? Ja, ich war selbst überrascht. Wir werden den Ort auf den Aufnahmen sofort untersuchen. Hütergel mag dich. Bis es sich an mich gewöhnt hatte, vergingen ganzer Monat. Mag sein, aber vielleicht vertraut es mir auch nur, weil Dads Pikachu mich begleitet. So oder so. Schön, dass ihr gut aufeinander auskommt, miteinander auskommt. Hütergel ist ein liebes Pokémon. Sieht aber nicht so aus. Sieht gefährlich aus. Rime Harbor. Ich war selbst noch nie dort, aber es soll ein Hafen mit ziemlich hohem Schiffsverkehr sein. Von dort gelangen also alle möglichen Waren und Leute nach Rime City. Dann warten dort bestimmt auch lauter Delikatessen auf mich. Da, Tiri. Das sind Dankesbriefe. Nein, das ist falsch. Tiri. Ob wir heute wieder ermitteln? Aber klar, das versteht sich doch von selbst. Und wir kommen erst wieder, wenn wir mehr über Harrys Verbleib herausgefunden haben. Tiri. Hey, du hast gesehen, wie Hütergel schlitzschnell das Büro verlassen hat. Tiri, Tiri. Es wartet beim Auto auf uns. Sein Eifer ist wirklich bewundernswert, aber ich lasse mich nur ungern hetzen. Dann machen wir weiter. Machen wir uns auf den Weg zum Rime Harbor. Rime Harbor. Es ist viel größer als ich dachte. No kidding. Wir schauen uns das Bereich in der Foto. Wow, what a huge ship. It's probably here for the parade today. Now that's a true luxury liner. I'll bet the food is really good too. Not to mention the coffee afterwards. Sal. Salgor Sal. Wuh? Bitter? Coffee is practically a detective's trademark. Salgor. Pikachu, what are you doing? Just giving Axelgor a lesson in detective etiquette. Right. Anyway, we should probably start gathering testimony. Sal Salgor. Salgor, Sal. Hm? Hm, where's Axelgor going? It's said it's not good at communicating. I guess it really is shy. Well, that's no good. It's supposed to be here helping us out. Sehr gut, Speichervorgang. Das heißt, im nächsten Part geht's weiter. Ah, wirklich, bei heute viel los. Die Story wurde vorangetrieben, aber so ist es halt beim Kapitelwechsel. Also, Kapitel 7, ab dem nächsten Part in voller Bracht. Seid also dabei, würde mich auf jeden Fall sehr freuen. Also, reißt euren Daumen ab und gebt dem mir. Und ich sag, bis dann und ciao!